Fußball, ne Arzt, hm, war hier noch, gibt's hier noch so ein Loch? War da drüben nicht noch eins? Doch, hier ist noch eins. So, runter mit dem Ärmchen und jetzt hier, ja die Schaufel. Ja, äh, zuckier, zuckier, merken runter, ich habe den Schlüssel gefunden, nein ich will, ich will den, ich komme da noch nicht hin, kann das sein, dass da doch irgendwie Erde ist in Anführungszeichen, gibt mir mal, oh, ich stehe vielleicht drauf, ne, ich es wird auch nicht grün angezeigt dann irgendwie erde angeblich jetzt da nein es ist kein schlüssel war da manchmal mal schritt rein oder zwei so jetzt aber komm schon es ist nicht so einfach wie es ausschaut das ist überhaupt nicht so einfach dass ich auch gar nicht einfach ausglaubig ich habe schlüssel ich habe schlüssel im schlüssel hoch mit dem ämchen und darüber jetzt aber den namen hebt den arm und jetzt schritt zurück oder zweit okay und jetzt cool geheimes versteckt ich bin hier falsch ich muss weg und tschüss ich komme nicht weg ich gehe doch jetzt nicht zu dem verrückten typen da scheiße ich musste ich muss hier das passt schon und jetzt mach ich die andere türe auf acht ist ja cool das ist die heim operationsbasis der oktopoden oder das ein großer fettknopf auf dem selbstverstörung steht was denn letztens habe ich nicht gesagt halt also ist automatisch zurückgesetzt ich hoffe ich doch nie scheiße jetzt muss ich auch noch auf schicklich auch gott auf schnelligkeit noch mal so so sei es da schnell schnell gedrückt ich wollte nicht wechsel ich bin durch oh nein oh nein oh nein ok 12 12 nächstes mal gehe ich durch okay okay das mit der interessante wendung hier das spiel kann ich irgendwie den strahl unterbrechen kann ich nicht ob ich kann wahrscheinlich drauflaufen die probieren das mal drehen sublime ist ich brauche noch einen zweiten oder ich nehme einfach den ersten wieder mit so so oder ich kann die knopfe drücken richtig drücken würfel zu viele würfel nein das ist nicht ich brauche den unter nein das ist nicht der fette das ist der fette nein das nicht fett genug scheiße nein jörner fälle nach dann immer halt den alten von vorher probieren den so tschuldigung musste kurz niesen und kurz lüften weil ich der stück hier ich habe jetzt ein bisschen auf mich auf draußen ist nicht zu laut so war ich hier und sehe nichts das ist noch ein bisschen schwerer zurück ein bisschen vor und zurück und vor und zurück und so dass ich glaube ich jetzt passen müsste jetzt mein fuß da ich muss den fußen drauf kriegen genau weil es so kriegt dann komme ich dann direkt hinterher so jetzt muss ich hier schnell ich soll ihn das bitte machen hallo hallo hatte ich weiß nicht wie ich das jetzt machen soll ich kann natürlich was wohl oder ich versuche schneller durch zu rutschen es klappt sogar wie mache ich das jetzt die wegen sich diagonal unten sind die aber relativ langsam moment dann müsste ich vielleicht das mit dem block haha block da löse es mit einem block so was zu helle machen die dinger so mensch richtig positionieren ach du scheiße so wo sie sind genau auf augenhöhe sprich ich muss ich kann eigentlich nur dadurch wenn gerade beide unten sind was super welchen teil von beide unten also da eine flitzende hoch und runter der andere macht dann gerade nähe nein scheiße so geht's auch aber das ist die ähm ähm ach 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 der 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 komm ich da nicht auch durch komm ich da irgendwie lang schade ok also doch die richtung keine großen schritte keine großen schritte oder was passiert wenn ich die batterien rausnehmen beide wenn ich hallo wenn ich hier mal geschafft von suspicious ist naja fast ganz voll scheiße ich darf eigentlich nichts mehr erlauben ok dann muss ich da lang nee oder nee oder das ist ein schiff nee oder da 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 cool kann ich das wissen zwischen zwischen mehr das war ja oder und das mit dieser steuerung kann ich irgendwas drücken zum schalten wahrscheinlich nicht abschalten 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 scheiße manchen dahin manchen dahin so dass man schon du willst mich doch verarschen schau ich mal am ende an ich will nach rechts das müsste ich doch eigentlich hier so darauf kommen können nein scheiße oder wollte nicht drauf manchen gewinnen ja doch 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 ich komme drauf das war ein bisschen was bei und nach vorne und das andere bein und nach vorne das geht runter das geht vor und zurück also am besten und das eine da dreht sich im kreis sprich hier bin ich ja gerade sicher sind es zwei die sich da drehen tatsache das sind zwei das andere sind jetzt sind sie gerade vorbei dann gehen die alle langsam zurück ok also sprich jetzt wird die gelegenheit ok das ist gar nicht einfach muss überhaupt hier lang ich nehme an das heißt ja ich stehe falsch rum ok ich glaube rückwärts gehe ich doch vorwärts ich glaube immer noch rückwärts was will ich jetzt ach das geschenk ach so stimmt ich musste das geschenk besorgen perfekt mission complete hier noch umlaufen tatsache thanks for playing credits tech team ja die studenten cooles spiel muss auf jeden mal gezockt haben glaubt gar nicht wie schwer das ist aber warte ich・ warte- warte die brocco ich warte an sorry sowas wurde rosse k collapse rosse k chains lustiges spiel können wir schreiben wie es euch gefallen hat wenn es euch gefallen hat könnte auch ein daumen umgeben vielleicht vielleicht mache ich den zweiten teile auch noch doch auch tut der dati ist catcher ist glaube ich mal schauen wie das hier ankommt special thanks de paul university college of computing and digital media da 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 die mitte octopus i love you ach dass das lied von greben so die breakdance werden da kannst du nichts brechen wie and maybe da geht damals was er bloß ein studentenprojekt konnte nicht an dass es erfolgreich wird also so viel so ja erfolgreich passt schon wird so dass wir jetzt kurz auf der aufnahme geschmissen weil es kurzer spiel startet hat gut dann wird paar abschließenden worten danke fürs zuschauen wie gesagt sagt mir auch wie es euch gefallen hat da vielleicht mache ich den anderen teil auch noch und ja wir sind es dann beim zweiten teil von auto dat oder beim anwendigen spiel bis dann